Go Buster! Frohe Feiertage, Buster! Oh nein! Buster sieht nicht sehr fröhlich aus, oder? Lass uns mal sehen, was ihm fehlt. Buster sieht gelangweilt aus. Hat er nichts mehr zu tun? Hört ihr alle das? Ja, es ist Busters Freund, der Robin. Aber wo kann er nur sein? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Siehst du ihn? Das ist aber ein großer Seufzer vom Buster. Sieh mal, da ist er! Und er bringt Busters Kugel. Ich glaube, er möchte, dass du ihm folgst, Buster. Geh schon, lass uns sehen, was er dir zeigen möchte. Er bringt jetzt einen Schal. Super Idee, Buster. Ihr solltet beide einen Schneemann bauen. Sieh mal, wie er seine Räder benutzt, um den Schnee aufzuhäufen. Super, Buster. Wow, das sieht ja schon gut aus. Und da ist der Kopf. Gut gemacht, Robin. Ein Schneemann ist ohne Schal auch nicht komplett. Wofür sind denn die Kohle-Stücke? Natürlich. Jetzt sucht Robin noch etwas anderes. Oh ja, eine Karotte als Schneemann-Nase. Was für ein fantastischer Schneemann. Aber sieh mal, Buster denkt, es fehlt was. Wow, das ist eine starke Brise. Und schau, sie hat einen Zylinder zu Buster und Robin geweht. Das ist, was gefehlt hat. Gut gemacht, Buster. Robin stimmt dem zu. Oh wow, der Schneemann ist zum Leben erwacht. Buster ist so aufgeregt. Buster hat jetzt nicht nur Robin zum Spielen, sondern auch seinen neuen Freund, den Schneemann. Frohe Feiertage euch ein. Buster hat noch keinen, der Schneemann ist zum Leben erwacht. Buster hat noch einen Angen.